Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf Pandaskins.com mit 400 Euro in der Balance. Das Wichtigste jetzt in aller Schnelle. Code Achim, 35% Deposit Bonus für die erste Einzahlung. Ihr seht, einzahlen könnt ihr mit ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten. Ihr seht bei G2A, Kinguin und Cryptocurrency noch eine weitere Pluszahl da stehen. Das ist kombinierbar mit den 35%. Sprich, wenn ihr mit G2A oder Kinguin I.O. fladet, kriegt ihr 40% bei der ersten Einzahlung, bei Krypto 50%. Über Kinguin und G2A könnt ihr natürlich alle Zahlungsmöglichkeiten benutzen, die die haben auf der Seite. Also Passive Card, Sofortüberweisung etc. pp. Ihr könnt aber auch hier auf der Seite direkt mit PayPal einzahlen. Ihr Code Achim, wie gesagt, erste Einzahlung, 35% Deposit Bonus. Dann gibt es hier Giveaways. Es gibt immer verschiedene Giveaways. Da, wo Fui dran steht, könnt ihr einfach immer so reinjoinen. Sind natürlich nicht die krassesten Giveaways. Dann gibt es aber auch Giveaways wie das hier. Da müsst ihr einmal den Kinguin Case öffnen. Kostet irgendwie 40 Cent oder so. Dann könnt ihr hier reinjoinen, habt die Chance auf 22 Euro mit 10 Preisen. Also 10 Gewinner hier jeweils. Bin ich aber auch schon drin. Und dann gibt es auch Giveaways, wo ihr dann zum Beispiel Geld aufladen müsst. Schaut da gerne mal bei den Giveaways alle durch. Wo welche für euch passen. Habe ich aber auch schon gemacht. Dann könnt ihr auch hier beitreten. Doch hier gibt es wieder dann 10 Gewinner. Dann Promocode. Zack, Bonus. Promoskin. In der Videobeschreibung stehen wieder zwei Codes. Die könnt ihr hier einlösen. Ich habe meine heute leider schon eingelöst. Gebt ihr hier nacheinander ein. Klickt auf OK. Irgendeine fällt ihr an. Ich hoffe natürlich, ihr bekommt Any Covered. Und Daily Card gibt es natürlich hier auch. Könnt ihr jeden Tag einmal öffnen und einen Skin for free bekommen. Wir gehen rein. Wir starten mit 400 Euro. Das Battlesystem wurde komplett überarbeitet. Ihr seht, es gibt jetzt hier Semiteam Battles. Team Battles solo mit bis zu sechs Spielern und so weiter und so fort. Shares. Keine Ahnung, was das genau bedeutet. Es gibt Crazy Mode. Und ich würde sagen, wir machen einmal ein Battle auf mit der Sharkcase. Einmal die Sharkcase mit sechs Spielern. Createn wir das. Holen die Bots. Und hoffentlich bin ich derjenige, der die Fate hier rauszieht. Und nicht irgendein Bot. Oder es geht keiner, die Fate, weil die Fate 0,1% Chance hat. Ja. One. Ach, der hat dann... Ach so, weil er den meisten Skin hat, hat der ja alle gekriegt. Ja, logisch. Klar, ist ja jeder gegen jeden. Wir gehen rein in die Kisten. Die neuen Cases hier finde ich ganz geil. Vor allem die Supermon Case. Supermon Case? Monkey Case? Wir gehen rein. Haufen hier auf jetzt mal schöne Skins. Aber die hat ein guter Otz, muss ich sagen. Sagt der ja und liegt voll aufs Maul. Na komm schon. Das kann doch nicht sein. Jetzt, jetzt, jetzt gönn doch mal hier. Jetzt gönn doch mal hier das Double Skin. Schön, dass wir das sehen. Double Skin ist eine Premium-Funktion. Über Premium könnt ihr hier einmal jede Woche kosten. 6,90. Könnt ihr, ihr müsst ja also jede Woche erneuern, wenn ihr es haben wollt. Der Vorteil ist aber hier, wie gesagt, die neuen Projekte auf dem Double Drop. Die Kisten sind 2% günstiger. Ihr bekommt jeden Tag 100 Äpfel und auch jeden Tag einen Promo-Code. Habe ich aber heute auch schon eingelöst. Und wie ihr gerade gesehen habt, diese Doppel-Skins kann schon ganz nice sein. Wir gehen nochmal rein. Wir gehen nochmal rein. Gerade, oh, please, geh rüber. 24, 25, doppelte Money. Geil. Also ich sag dir, die Supermon-Case ist schon ganz gut. Geh rüber. Schade. Der hätte mal schön rüberziehen sollen. Das wäre natürlich schön gewesen. Komm schon. Evil Lord. Komm, einmal gehen wir noch rein. Einmal nochmal in die Supermon-Case. Und dann gucken wir uns andere Cases an. Please. Double Drop? Kein Double Drop. Aber Profit. Keine Ahnung, warum die 5-7-9 so teuer ist. Ich finde die Waffe potthässlich. Okay. Wir gehen weiter rein in die älteren Cases hier. Wir machen einmal die Panda-Case auf. Einmal die Panda-Case. Hier ist bitte Top-Item. Und Double Drop. Please. Einmal Once-in-A-Life-Toy-Skin. Gibt's? Ich weiß nicht, wie viel teuer ist. 15 Euro. Autsch. Das tat weh. Das tat richtig weh. Wir gehen einmal rein in die Battles. Wir createn einmal in 2 vs. 2. Wir gehen normal rein. Und machen hier zweimal die Supermon-Case. Einmal zur Abwechslung. Wir lassen Crazy Mode aus. Wir gehen rein. Call Bot. Call Bot. Call Bot. Lass uns jetzt hier beide was krasses ziehen. Ich dachte kurz. Das wäre juicy gewesen, wenn wir hier... Please. Wir haben gewonnen, aber trotzdem 2 Euro verloren. Schade. Gibt's hier einen Button, um das gleiche Battle nochmal zu erstellen? Nein, gibt's nicht. Schade. Ich würde sagen, wir gehen einmal nochmal rein in die Shark... Ne, warte. Die Shark-Case machen wir nochmal in 6 vs. 6 vs. 6 auf. Warte. Battles. Was heißt 6 vs. 6? Also 6 Spieler insgesamt. Gehen einmal rein. Shark-Case. Wo haben wir's? Bam. Adden. Createn das Battle. Call Bot. Call Bot. Call Bot. Und wir hier einer der Bots, die... Die, 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 die... Die Fate. Ich will die Fate haben, wenn. Die Chance ist bei 0,1%. Dafür kostet die Case aber nur 3 Cent. Und der hat 5 Euro gemacht. Weil er den guten Skin gezogen hat. Gut. Das ist eine gute Möglichkeit, um hier... Ein bisschen extra Punkte quasi noch rauszukriegen. Aber hey. Wir gehen nochmal rein in die weiße Val-Case. Let's go. Please. Gib uns noch ein paar Mal einen Double Drop. 9% Chance auf einen Double Drop ist ja gar nicht mal so low. Da könnt ihr doch auch gerne nochmal einen schönen Double Drop genehmigen. Das wäre natürlich juicy. Da gibt mir hier die ganze Zeit die gleiche 5-7. Wie viel Prozent hat die denn die 5-7... Äh, die, die Waffe hier, die Glock? 17 Prozent. Da gibt mir die schon wieder. Willst du mich verarschen? 17 Prozent und ich zieh die ganze Zeit hier die 17 Prozent? Äh, ich dachte schon. Cold Red Double Drop. Double Drop! Woo! Ich sag ja, die 9% Double Drop, die sind der Shit. Deswegen schaut euch bei Premium vorbei. Das hat uns jetzt den Arsch gerettet, glaube ich. Ähm, Double Drop ist geil. Wir gehen nochmal Pandamount Case. Wir müssten im Profit sein, glaube ich, oder? Mit den Double Drops. Ich bin mir gerade unsicher. Das war natürlich Müll. Wir gehen nochmal rein. Das war... Ein guter Double Drop. 200 Dollar... 100 Dollar Skin. Double Drop. Schmeckt. Wir gehen rein in Battles. Wir creating nochmal ein Battle. Ich fühle mich jetzt extrem lucky. Wir bleiben beim Lucky Lucky. Wir machen Decays rein, Decays rein, Decays rein, Decays rein. 49 Euro Battle. 2 vs. 2. Wir lassen den Crazy Mode aus. Wer am meisten zieht, gewinnt alles. Komm schon. Jetzt lasst uns beide mal ein Knife ziehen. Also beide auf unserer Seite, bitte. Ich und der Bot. Nicht die hier. Oh ja, schon mal gut. Ah, okay. Das waren die 4 Euro. Sehr gut. Komm, bitte Knife, 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 Knife. Wir ziehen alles gleiche. Jetzt kommen schon hier die Glavs. Hier kommen nicht mal Glavs weit und breit. Wir haben aber gewonnen und sind mit Profit raus. Das ist alles, was ich wollte. Wir gehen nochmal rein in die Battles. Ja, egal wie ich rate nochmal ein Battle. Wir machen diesmal Dreier-Battle. Auch wieder so ein Fuffi. Auch wieder so ein Fuffi. Dreier-Battle, normaler Modus. Ich und meine Bots fühlen uns lucky. Wir holen das Ding. Komm, bitte. Einer von unseren Bots, von meinen Bots, bitte Knife. Oder Glavs. Egal. Das ist schon mal gut. Nicht so gut, wie ich dachte. Die sind in Führung. Glavs, mein Knife. Oh, zu gewalt. Was? Bei denen nicht der Roll. Okay, wir sind in Führung. Please, 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 please. Ah. Wir sind noch in Führung. Wir haben keine Glavs oder so gezogen, leider. Wir haben aber Profit gemacht. Wir haben Profit gemacht. Sehr schön. Ich glaube, wir sind gut im Saft. Wir sind gut im Saft. Wir können jetzt hier nochmal in die Mohn-Case reingehen. Die öffnen wir nochmal schön gediegen, bis wir bei 0 Euro Balance sind. Und dann gucken wir mal, wo wir gelandet sind. Das war natürlich scheiße. Wir gehen nochmal rein. Und danach können wir noch einmal öffnen. Ah, die Golden Koi werden nice gewesen. Das ist natürlich jetzt... Gönn nochmal hier wieder. Doppel-Drop und Glavs, bitte. Danke. Zieh doch rüber. Okay. Wir haben noch 7,76 Euro. 7,76 Euro. Wir gehen nochmal ein. Lilybug-Case. Navaya Knives Slaughter würde ich nehmen. Würde ich taken. Würde ich einfach mal taken. Emperor. 13 Euro. Doppeltes Geld. Perfekt. Wir gucken, wo wir gelandet sind. Das Skin-Offer ist ganz nice. Könnt ihr alle Skins reinpacken. Kriegt ihr nochmal 20% on top on the mob. Ihr kriegt dann nochmal Random Skins zugeschickt. Kann ein großer sein. Können mehrere kleinere sein. Und ich glaube, wir sind gut im Profito Morito. Wir sind gut im Profito Morito. Wir waren bei 400. Wir sind bei 525. Wir gehen nochmal rein in Miner. Machen wir mal hier die kleinen Skins rein. Wir gehen in drei Minen und wir machen den Weg hier runter. Okay, scheiße. Okay, jetzt fängt es aber an. Letzt mich doch am Arsch. Warum seid ihr immer hier? Ich bin so dumm. Warum mache ich das? Eins, zwei... Ich hätte diesmal runtergehen können. Okay, shit. Ich hätte wieder runtergehen können. Take. Gott sei Dank habe ich die Seite gewechselt. Gott sei Dank habe ich die Seite gewechselt. Okay. Wir gehen jetzt nochmal rein in den Skin Dice. Wir gehen auf über 5000. Please. Please. Ja! Meine Freunde. Damit gehen wir nach Hause. Holla, die Waldfeder. Sind wir aber nochmal... Wir waren im Profit. Dann habe ich gedacht, wir gehen rein in Miner. Da habe ich ein bisschen verkackt. Dann nochmal rausgeholt mit Skin Dice. Wir sollten uns dabei überlassen. Ich würde es jetzt nicht nochmal riskieren. Obwohl, was kriegen wir hier? Eins, zwei, drei, vier... Das werden tausend... Nee, komm. Nee, 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 nee. Ich meine, wir sind gut im Profit. 300 Euro Profit. Das taken wir. Vor allem, wenn wir jetzt hier noch die Exifis Skin Offer dazunehmen. Kriegen wir 822 Euro. Das ist mehr als verdoppelt. Das Geld einfach mal verdoppelt. Das war eine gute, gute Folge. Wenn ihr die Seite selbst aussetzen wollt. Code Achim. Wie gesagt, 35% Deposit-Bonus bei der ersten Einzahlung. Schaut auf jeden Fall bei den Giveaways vorbei. Wie gesagt, manche könnt ihr auch komplett for free benutzen. Und dann gibt es auch noch Bonus-Promo-Skin. Und da könnt ihr dann zwei Codes aus der Videobeschreibung eingeben. Und ja, ihr könnt die dann hoffentlich in die Cover bekommen. Und Daily-Karte könnt ihr auch einmal am Tag öffnen. Also, schaut gerne auf der Seite vorbei. Hier oben, Code Achim, 35%. Wie gesagt, stackable mit diesen Beinen. Und damit, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich immer wieder. Haut rein und ciao, ciao.